Noch heute ist dieses Lied einer der beliebtesten und meistgespielten deutschen Evergreens und ein Meilenstein der Popgeschichte. Jeder kennt es, jeder hat es schon mal im Radio gehört und jeder hat es schon mal vor sich hingesummt. Ein Ohrwurm eben. Doch nur noch wenige kennen die Interpretin, die mit diesem Titel zum Idol einer ganzen Generation wurde und die, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, in Deutschland mehr Platten verkauft hat als die Beatles. Manuela, den klangvollen Namen gibt sie sich selbst. 84 Singles und 48 Langspielplatten hat sie zeitlebens veröffentlicht. Insgesamt über 17 Millionen Tonträger verkauft. Bis heute, noch Jahre nach ihrem Tod, ist sie die erfolgreichste deutsche Schlagersängerin überhaupt. Noch weht der Mief der Adenauer-Ära durch die junge Republik. Anfang der 60er Jahre boomt die Wirtschaft, träumen die Deutschen vom schicken neuen Eigenheim und dem Sommerurlaub in Italien. Was darüber hinausgeht, beäugen Tugendwächter argwöhnisch. Nichts soll die Ordnung und den liebgewonnenen Wohlstand gefährden. Ein Jahrzehnt voller Widersprüche beginnt, voller Optimismus und großer Erwartungen, aber auch voller Rückschläge und tragischer Opfer. Das neue Massenmedium Fernsehen verändert vieles. Internationale Ereignisse, Umwälzungen und Krisen halten unmittelbar Einzug in die gute deutsche Stube. Und langsam werden auch hier andere Stimmen lauter. Eine neue Generation steht in den Startlöchern, die nichts am Hut hat mit Autorität und scheinheiliger Moral. Die ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte hat, ihren eigenen Stil und ihre eigene Musik. 1960, 61, 62 war es in Berlin Mode, dass irgendwelche, ja, wie soll man sagen, Tanzbars oder wie sie sich immer nannten damals, die machten dann einmal im Monat am Wochenende eine Veranstaltung, die hieß, wir suchen Talente. Und das war für mich immer, da bin ich immer hingegangen, weil es gab als ersten Preis zwischen 50 und 100 Mark, was sehr, sehr viel Geld war zur damaligen Zeit. Und wurde dann langsam aber sicher in den meisten Teilen Berlins so zum Lokalmatador, war aber noch nie im Wedding. Und dann sah ich eine Anzeige, da war wieder ein Talentwettbewerb im Wedding. Und dann bin ich hin und dann sagte man zu mir, du brauchst hier gar nicht aufzutreten. Ich sag, warum nicht? Hier gewinnt immer eine, die nennt sich Manuela, die singt so Sachen von Conny Francis und die räumt hier jedes Mal ab. Ich sag, dann wird sie heute zum ersten Mal nicht abräumen. So haben wir uns kennengelernt. Und es stimmte, sie hat an dem Abend nicht abgeräumt. Anfang der 60er Jahre, ich glaube es war 1963, schickte mir mein Partner Peter Meisel aus Berlin ein kleines 19er Band. Damals gab es noch keine CDs und noch nicht mal Kassetten. Damals haben wir das mit 19er Bändern gemacht. Auf dem Band war eine weibliche Stimme. Und Peter schrieb mir dazu, dass er das selbst auch hören würde, dass diese weibliche Stimme nicht immer ganz sauber intoniert. Und ich stellte das natürlich auch fest und rief ihn aber sofort an und sagte, Peter, diese kleine Dame, die müssen wir unbedingt produzieren. Denn sie hatte etwas ganz besonders Originelles in der Stimme und das versprach Hitpotenzial sozusagen. Wenig später lernte ich Manuela dann selbst kennen mit einer ungeheuer hoch toupierten Frisur. Ich habe die Vorstellung, das ging noch einen halben Meter über den Kopf. Also ein Berg von schwarzen Haaren, ein sehr hübsches Mädchen, hübsch gebaut. Und wiederum wenig später machten wir unsere erste Produktion, ein gefühlvolles Lied. Es hieß Hula-Serenade und die Rückseite hieß Candy My Love und die Produktion fiel sofort durch. Anscheinend war die Karriere von Manuela schon wieder beendet. Das aber war nicht der Fall. Denn der Freund und Partner Peter Meisel kam an mit einem Song, Blame it on the bossa nova, gesungen von Idy Gourmet. Und Peter meinte, das wäre wohl das ideale Stück für Manuela. Georg Buscher, der Textdichter, machte aus Blame it on the bossa nova. Schuld war nur der bossa nova. Und wir nahmen das auf, mehrfach. Peter Meisel war meistens, ich habe es in München produziert, musste es mehrfach abmischen. Dann hat Herr Meisel das nicht so gefallen. Ich sage, warum kommst du nicht selber, dann machen wir es gleich so, wie du willst. In dem Text, Schuld war nur der bossa nova, kommt die kleine Jane mit 18 erst sehr spät nach Hause. Und dann später in der nächsten Strophe, doch die kleine Jane blieb nicht ganz allein. Erst bekam sie Jim, dann ein Töchterlein. Das gab dem Bayerischen Rundfunk den Anlass, das Stück nicht zu spielen. Es wurde also eine Art von Boykott, weil ein 18-jähriges Mädchen durfte damals nicht erst am Morgen nach Hause kommen. Und das war also unmoralisch. Mit 19 Jahren, Kinder schon und das geht nun überhaupt nicht und das kann man nicht und das spielen wir nicht. Woraufhin ein kleiner Schwarzsender sich in München auftat und dieses Lied immer sendete. Das wiederum griff die Bild-Zeitung auf und da machte ein Aufmacher drauf und in dem Moment war Manuela installiert. Und das war also im Vergleich bei mir auch ähnlich bei Marmerstein und Eisenbricht, wo der Bayerische Rundfunk auch wieder gesagt hat, das können wir nicht spielen, wir haben als öffentlich-rechtliche Anstalt den Auftrag auch erzieherisch zu wirken. Und das ist grammatikalisch falsch, es muss heißen brechen. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam. Marmorstein und Eisenbricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Marmorstein und Eisenbricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Marmorstein und Eisenbricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Am Anfang machte sie Conny Francis, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum andern. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie sind genau wie Conny Francis. Ich habe gesagt, Manuela, das können wir nicht machen. Das ist ja, du machst sie ja, du kopierst sie ja praktisch. Wir müssen etwas Eigenes erfinden. Und wir haben dann einen eigenen Akzent für Manuela erfunden, der eben nicht mehr so stark an Conny Francis erinnerte, aber gleichwohl originell war, sodass es ein typisches, ein typisches Zeichen für Manuelas Singen war. Durch das nicht immer sichere Treffen der Töne, was man ja damals einfach mal nahm den Part dann nochmal auf und schnitt dann die saubere Stelle hinein. Also das war, alles zu lösen war alles. Dann kam aber Peter Meisel auf die wunderbare Idee, Manuela einfach nochmal drauf singen zu lassen. Das heißt also, die Stimme zu doppeln. Und dadurch trat ein besonders interessanter Effekt ein, der sozusagen auch zum Markenzeichen von Manuela wurde. Manuela hatte einen unglaublich hohen Wiedererkennungswert. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn eine Sendung lief ohne Ansage und da wurden 20 Titel vorgespielt und Manuela hatte gerade einen neuen, den noch niemand kannte und dann kam der, wussten die Leute ohne Ansage, das ist Manuela. Nach dem Bossa Nova war kein Halten mehr, wir schrieben uns die Finger wund, es folgten Hit auf Hit. Manuela war installiert und ihre Karriere hatte begonnen. Allein in den ersten vier Wochen verkauft sich die Platte über 100.000 Mal. Mit einem solchen Erfolg hat denn niemand gerechnet. Am allerwenigsten die 19-jährige Manuela selbst, deren Leben bisher weit weniger glamourös verlaufen war. Geboren wird sie 1943 als Doris Wegener im Berliner Arbeiterviertel Wedding. Sie ist das fünfte von sechs Kindern. Noch im Krieg verlässt der Vater, ein arbeitsloser Lackierer, die Familie. Mit den Jören hat er nicht viel am Hut. Das einzige, was er der kleinen Doris hinterlässt, ist sein musikalisches Talent. Als Karl mit der Quetschkommode ist er schon vor dem Krieg durch den Kiez getingelt. Der Mann an sich nach spielte er Akkordium oder Ziermoniker. Und sie kamen dann an und sagten, mein Papa spielt heute. Und dann rannte er eben alles auf dem Hinterhof. Und wir Kinder sammelten dann das Geld ein und freuten uns, dass wir überhaupt was tun konnten. 1945 heiratet Mutter Friedchen ihren zweiten Mann, einen Kriegsinvaliden. Mit eisernem Willen bringt sie den Acht-Personen-Haushalt durch die kargen Nachkriegsjahre. Jahre, die Manuela niemals vergessen wird. Herzlich willkommen, Manuela, in der Thornheiser Straße. Hier sind Sie geboren, Sie stehen vor Ihrem Haus Nummer drei. Erkennen Sie es wieder? Ja, natürlich. Da, ja, hier habe ich gewohnt mit fünf Geschwistern und Vater und Mutter in anderthalb Zimmer. Natürlich kenne ich sie alle noch hier. Da wohnt der Olle Schmidt, da wohnt die Bäckersche, ja, und da, da wohnt meine Freundin. Das Ganze spielte sich immer auf der Straße ab, weil die Wohnungen, die waren einfach zu überfüllt. Heute kann man in die Wohnung spielen und damals waren zu viele Menschen da drin. Es war alles nur auf der Straße immer. Man spielte da Völkerball, man spielte Hopse und Ball. Also es gab so gewisse Spiele, wo dann auch mehrere dran, also so die ganzen Kinder aus der Straße teilnahmen. Und dadurch kam man eigentlich mit jedem zusammen. Und das war auch die Zeit, wo ich mit Doris eben viel zusammenkam. Ja, ich habe am liebsten so Sandbogen gebaut, so Schlösser und so. Ich habe sie vielleicht sogar manches Mal beneidet durch die vielen Geschwister. Es war immer einer da. Es war nie so, dass man sich alleine gefühlt hat früher bei ihr. Die Kinder hatten meiner Meinung nach alle eine Begabung zur Musik. Also wenn sie irgendwie ein Instrument hatten, wo sie vorher noch nie drauf gespielt hatten, ein bisschen üben und der Song stand. Also sie hatten dann ein Gehör für Melodien. Nach der Volksschule muss Doris in die Fabrik. Für eine Lehre als Friseuse fehlt einfach das Geld. Stattdessen lötet sie Radio- und Fernsehkondensatoren. Von ihrem Taschengeld kauft sie eine Gitarre. Das Spielen bringt sie sich selber bei. Am Anfang skiffelt sie mit ein paar Freunden auf der Strasse. Dann zieht sie mit einer Band durch Jugendheime und Kneipen in der Nachbarschaft. Eine davon ist das Ufereck. Ein Tanzlokal für junge Leute. Der Besitzer, Werner Fay, erkennt ihr Potenzial und bietet ihr ein festes Engagement an. Für 15 Mark pro Abend. Ein Argument, das auch die Mutter überzeugt. Nach anfänglichem Zögern unterschreibt sie den Vertrag für ihre minderjährige Tochter. Schon bald ist der ambitionierte Kneipier Werner Fay auch ihr Manager. Er macht sich ihre Karriere zur Herzensangelegenheit und wird ihre Geschicke lenken. In guten wie in schlechten Zeiten. Als wir Manuela kennenlernten, hatte sie schon ihren Lebensgefährten. Und meiner Meinung nach, sie ist ja nie bis zu seinem Tode nicht von ihm losgekommen, war das eigentlich ein Grund ihres, wenn ich es mal so sagen darf, ihres Unglücks. Sie musste eine Rolle spielen. Dazu hatte sie Werner Fay also praktisch, ich sag das ruhig mal, verurteilt. Sie musste in der Öffentlichkeit einen Menschen darstellen, der sie überhaupt nicht war. Er kam wirklich aus einer unteren sozialen Schicht und sie konnte sich dadurch, dass sie an ihm sozusagen hing und klebte und nicht loskam, sie konnte sich nicht erheben. Sie konnte keine Entwicklung durchmachen. Er bremste sie sozusagen. Wenn Manuela mal für kurze Zeit so ein bisschen allein war, der Manager war irgendwo, der Werner Fay, dann war sie ein völlig natürliches, normales Mädchen, liebenswert sogar und natürlich auch sehr naiv, das muss man auch dazu sagen, was ich aber auch war, denn wir waren beides Arbeiterkinder. Und wenn der dann dazu kam, dann änderte sie schlagartig ihre ganze Haltung. Sie wurde ein völlig anderer Mensch, das hatte er ihr beigebracht, wie sie sich nach außen hin zu benehmen und aufzuführen hätte. Das machte sie wie angeknipst. Wir nannten ihn ja Banane, weil er eben an einem Stand Bananen verkauft hatte. Und wir sind ganz gut miteinander ausgekommen. Nur es waren eben Welten zwischen den Urhebern und ihrem Lebensgefährten. Wir wussten alle, dass es ein Verhältnis gab, dass es auch eine sexuelle Beziehung gab, sicherlich. Und das war damals in einer Zeit, wo ein Teenie-Idol, ob nun männlich oder weiblich, keine Bindung haben durfte. Und Manuela war wirklich das liebe, süße Mädchen. Jedenfalls wurde sie so verkauft und dargestellt. Zu Hause in ein alter Teller an der Wand. So oft lass ich den Spruch, der draufgeschrieben stand. Schwimmen lernt man im See. Schlitten, fallen im Schnee. Manuela erkennt die Warnsignale nicht. Vertrauensvoll überlässt sie alles Geschäftliche dem 13 Jahre älteren Fay. Und der Erfolg gibt ihr Recht. Diejenigen, die sie als Eintagsfliege abtun, müssen staunend mit ansehen, wie sie Jahr für Jahr erneut die Hitparaden stürmt. Sie gewinnt Publikumspreise und goldene Schallplatten. Sie geht monatelang mit ihrer Band, den Five Dobs auf Tournee, singt vor ausverkauften Häusern in ganz Europa. Die Umsätze gehen in die Millionen. Das Phänomen Manuela ist nicht aufzuhalten. Wie wir entdeckt wurden, das war in München, und zwar hat er der Trafi Deutsche, hat er gesessen, in der Rumba-Bar. In der Rumba-Bar, da saß er einmal in der Ecke und sagte, Manuela, bräuchte ich eine Gruppe. Ja. Könntest du noch einen Sinn? Genau so war es. Das war schon der erste Kontakt, den wir so viel hatten. Und wir haben dann Angebote gekriegt von Werner Fay, ihr macht die Begleitband von Manuela, wir gehen auf Tournee. Es ist ja eigentlich doch das, wovon man träumt als junger Mann und Musiker, dass du ein bisschen in der ersten Reihe stehst und Manuela hat uns das geboten und auch gemacht. Und das war der Grund, dass wir dann von uns, nachdem wir vielleicht ein Jahr lang Berufsmusik schon gemacht haben, dann sofort mit fliegenden Fahnen zu Manuela gewechselt sind. Ich glaube, uns hat auch geholfen, dass wir von Anfang an sehr viel Wert auf unser Äußeres gelegt hatten, trotz dieser damaligen Zeit, dass wir mit sechs Mann und unseren Freundinnen oder Frauen in drei Zimmern gehaust haben. Das ist richtig. Trotzdem haben wir Wert auf das Äußere gelegt und das wird ihr wohl auch ein bisschen imponiert haben, dass da die Jungs mit dem gleichen Jackett oder mit dem gleichen Anzug auf der Bühne standen. Das Programm, was sie dann für ihre Tournee geplant hat, sie hat ja auch dann gecovert, waren ja dann zwei Mädchen dabei, die Chor gemacht haben und ich habe ihre Stimme halt mitgesungen, damit sie dann nicht so alleine stand und der Chor wurde dann von uns allen gesungen. Das war ihre Idee, eine Show zu machen, was es damals überhaupt nicht gab. Also ein komplettes Programm mit ihr und einem Umfeld, an Band, an Chorsängerinnen. Das hat sich ein bisschen abgenommen. Das gab es damals nicht. Ja, in Europa nicht. Es gab es auch in den USA zum Beispiel Paul Anker. Der hat schon solche Sachen gemacht, das hat sich in etwa ein bisschen abgeschaut. Es gab auch damals überhaupt keinen anderen Teenager-Star als Manuela. Bei den Männern kam dann Trafi Deutscher dazu und der ist dann gleich, weil er ja nicht nur, weil er aus Berlin war, sondern da er aus Berlin im selben Verlag war, wie Manuela auch bei Peter Meisel, war der dann auch mit uns unterwegs auf Tournee. Wir haben natürlich für Sie ganz spezielle Lieder geschrieben, Georg Buscher und Günter Lohse als Textdichter und ich, genau auf Ihre Stimme zugeschnitten. Und das kommt natürlich, bei einem erfolgreichen Song muss ja immer alles zusammenkommen. Da muss also die Melodie muss stimmen, die Musik muss stimmen, der Text muss stimmen, der Text muss merkfähig sein. Der Interpret muss ideal sein, das war im Fall von Manuela und die Produktion, also das Arrangement, die Abmischung und alles muss stimmen und dann muss noch ein gewisses Walten von oben herrschen und dann gibt es ein Hit. Doch Manuela ist mehr als eine hübsche Erscheinung und ein musikalisches Talent. Sie wird zur Vorreiterin eines neuen Mädchen-Typus, gleichzeitig unschuldig und sexy, naiv und modern. Mit den Helden der Beat-Kultur, die Mitte der 60er aus England herüberschwappt, teilt sie die proletarische Herkunft und den ungeschliffenen Aufsteiger-Charme. Ihr Teenager-Slang voller Yeah-Yeah und No-No hilft ihr, sich als eine der wenigen gegen die internationale Konkurrenz zu behaupten. Selbst die Beatles können sie aus der Spitzenposition der deutschen Charts nicht verdrängen. Für ein wahres Märchen fehlt jetzt nur noch eins, ein Traumprinz. Keiner fürs Leben, sondern einer fürs Image. Die Wahl fällt auf Drafi Deutscher. Auch er ein Prototyp der neuen Welle. Jung, kreativ und eigenwillig. Tausendmal schon versprach ich dir, ich ändere mich, hab nur Geduld mit mir. Doch das ist nicht so leicht für mich, das weißt du doch, darum bitt ich dich. Nimm mich so wie ich bin, einfach so wie ich bin. Ich seh all meine Fehler ein, doch anders kann ich nicht sein. Die Jugendzeitschrift Bravo, die verliehen einmal im Jahr Trophäen, Bronzen, Silbern und Gold, man nannte das Otto damals, das war so eine kleine Indianerfigur. Und dann kam von Bravo eine Anregung an Peter Meisel, ob man nicht ein Duett machen könnte. Sie konnten sich nicht besonders gut riechen, die beiden, das muss man schon sagen. Beide Teenager-Idole, Pop-Idole, aber doch eine völlig andere Richtung. Drafi hatte eine riesen Voice, die er da hatte, der knallte und war irrsinnig viril. Und Manuela war ein zartes, herzliches Persönchen. Manuela sang den ersten Part alleine im Studio und ich kam dann erst später und sang dann den zweiten Part dazu. Also wir haben das gar nicht zusammen gemeinsam aufgenommen. Manuela war nicht leicht aufzunehmen. Sie musste nah am Mikrofon sein, man musste den Kompressor-Limit da genau einstellen. Sie hatte eigentlich mehr ein Stimmchen. Aber das ist, bei der technischen Aufnahme ist das heutzutage egal. Sie hat immer mit Herz, also ich musste ihr nie sagen, drückt das mal etwas, singt das nochmal schöner oder gefühlvoller. Also das war immer, das war immer gut bei ihr. Sie kommt auch ohne männliche Begleitung aus. Vielleicht funktioniert sie Solo sogar besser. Zeitschriften und Jugendmagazine bauen sie auf zur Stilikone, propagieren ihren neuen Look. Mit schulterlangen Haaren wirkt sie weicher und natürlicher. Und manchmal sogar ein bisschen scheu. Sie war ja plötzlich so eine Art von Modeikone für Millionen Teenager geworden, die sich genauso anzogen, wie sie genauso die Frisuren machen ließen, genauso diese Stiefel, wie gesagt, kauften. Und Manuela war ein großes Vorbild, weil sie eben überhaupt nicht abgehoben war, sondern für diese ganzen Fans da von Bravo oder egal woher vom Fernsehen, immer das Mädchen sozusagen von dem anblieb, die es geschafft hat, aus kleinsten Verhältnissen sich hochzuarbeiten und auch als Star, eben als Star zum Anfassen blieb. Aber tausende von Teenagern haben sie als Bravo-Starschnitt über dem Bett hängen. Mit ihr lässt es sich gut träumen, von einem besseren Leben, von einer schönen, heilen Welt. Keiner ihrer Fans fragt sich, ob Doris Wegener sie auch im wahren Leben kennt, die Küsse unterm Regenbogen. Erst später wird der Blick hinter die Kulissen frei. Für manche ist es da schon eine lebenslange Leidenschaft, für einige wenige sogar eine Art Freundschaft. 1967 begann ich mich also für Musik zu interessieren. Und da ich also nur Volksschüler bin, habe ich eigentlich keinen Drang gehabt zur englischen Musik. Mir gefielen zwar die Beatles, aber ich verstand gar nicht, was die da sangen. Und dann kam dieses kleine, nette Mädchen hier, Manuela, daher. Und auf einmal war die Faszination für die Musik einfach da. Deutsche Musik war fortan mein Leben, kann man so sagen. Und angefangen mit Manuela hat eigentlich alles, als ich 1967 meinen ersten Schallplattenspieler bekam von meinen Eltern. Und dazu die Platten Monsieur de Pont, Lord Leicester und die LP Rund um die Welt. Und damit fing eigentlich alles an mit Manuela und mir. In der Zeit meiner, ich sag doch mal, wenigen Freundinnen, die ich hatte, weil ich war in der Richtung noch ganz offen ein bisschen zurückhaltend schüchtern, Manuela, eine Verehrung da, weil erstens kam das Aussehen, sag ich mal dazu, sie sah bildtübisch aus und hat eine Stimme, beziehungsweise Texte gesungen von den Schlagern, die haben mich berührt. Mir gefiel einfach nur ihre Stimme und dieses rollende R in dem Gesang, was ja eigentlich markant für sie war. Und später, ich sag mal vielleicht, völlig auch später, also habe ich dann mal durch irgendeinen Mitschüler in der Bravo-Zeitung, wurde ja in der Schule auch bei uns mal geschacht, wenn wir mal welche von Westverwandten schon die bekommen haben, habe ich dann zum ersten Mal ein Bild von der Manuela gesehen. Und ich denke mal, das war eins von diesen Fotos, die ich hier auch in meiner Manuela-Mapper habe. Damals hatte sie ja noch kurze Haare und irgendwie machte so Klick bei mir. Ja, Manuela hatte etwas Faszinierendes an sich. Zum einen hat man sich natürlich auch an ihrer Schönheit, an ihrem guten Aussehen ergötzt, wenn ich das mal so sagen darf. Und zum anderen war die Stimme halt was ganz Einmaliges. Einmaliges. Das gab es eigentlich gar nicht wieder. Und nicht nur Stimme und Aussehen, natürlich kamen die Titel dazu. Ich denke da an einen Text in meinem Kalender. Das war eine Nummer, die konnte ich mir ja zu Hause anhören. Nicht nur alleine ich. Wir saßen dann meistens so mit zwei, drei Jungs da hier und haben da uns diese Musik angehört. Und das war eine Stimmung, ich kann ja gar nicht beschreiben. Manche Titel sind mit Gänsehaut. Und ich sag mal, wenn es Nacht wird in Haarlem, da an dem Gedanken schon, dann kriegt man schon Gänsehaut. Oder in meinem Kalender dieser Sprechgesang vorneweg, diese Verse, das geht einem irgendwo schon durch. Es ist Abend und ich bin heute ganz allein zu Hause. Vor mir liegt mein kleines, rotes Tagebuch. Ich schlage die ersten Seiten auf und die Seiten fangen auf einmal zu sprechen an. Alle von euch, die mal so ein Tagebuch hatten, werden mich verstehen, wenn ich ein wenig traurig bin. Es war in der kleinen Espressobar, an einem Montag im letzten Jahr, da fand ich dich gleich so wunderbar. So steht es in meinem Kalender. Zuerst kannte ich sie ja nicht persönlich. Da war es natürlich erst einmal ihre Stimme, die hat mich gleich fasziniert. Und dann kam natürlich sie als Person dazu. Also ich fand die ganz aufregend. Und, und, und. Also das war für mich die perfekte Frau. Dann haben wir Manuela gesagt, wir möchten gerne einen Manuela-Fanklub aufmachen. Und was wir nicht wussten, wir waren also der Erste. Wir hatten also diese Idee und ich, wenn ich was mache, immer 150-prozentig, dann muss da was hinterstehen. Und da habe ich gesagt, Jungs, wir machen hier einen tollen Club, wir suchen jetzt Mitglieder, wir werden jetzt mal hier groß was aufbauen. Und meine erste Idee war, in Derendorf gab es einen Laden mit einer Beflockung von Pullovern. Da musste dann Manuela-Club draufstehen, Manuela-Star-Club. Wir mussten uns also erkenntlich zeigen, das heißt, draußen, die mussten sehen, wo wir verschwärmten. Und, ja, so kam dann diese Genehmigung auch von Manuela in Ordnung, ihr durft das machen. Die war dann allerdings im Prinz-Regenten-Hotel in Duisburg. Da haben wir dann zum ersten Mal Manuela ohne Bühne kennengelernt, sondern mal persönlich und privat. Und Manuela empfing uns da, wurde dann Kaffee erreicht. Und meine Kollegen, wie Manuela mal ganz kurz weg war, die griffen gleich die Tasse und tranken aus der Tasse von Manuela. Die war gerade leer, das war, Mensch, ich habe aus der Tasse von Manuela getrunken. 1968 habe ich also angefangen, mal so zu gucken, ob es nicht einen Club gibt, wo man Manuela irgendwie unterstützen könnte. Und habe dann in der Bravo die Adresse gelesen von Lothar Kaltenborn. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe mal an den, ob man nicht an so einem Club teilhaben kann. Und das habe ich dann auch gemacht und bekam postwendend Antwort. Und somit war ich Besitzer eines Manuela-Clubs von den 360, die es damals im Laufe der Zeit gegeben hat. Durch Verwandte, die ich selbst im Westen hatte und einen Brief von, den hatte ich inzwischen auch im Westen, habe ich dann Bilder aus Bravo-Zertschriften bekommen. Und unter anderem dann auch mal Club-Adressen. Habe dann, das muss Ende 64 gewesen sein, Kontakte aufgenommen zu einem Manuela-Club, um erstmal an Autogramme ranzukommen. Habe dann die ersten Autogramme auch bekommen und habe dann zu einem weiteren Club-Kontakt aufgenommen, der mir wenig später eigentlich anbot, das zu auszubauen, also intensiver zu gestalten und noch mehr Fans in der damaligen DDR zu wärmen. Wir haben also ein Auto oder drei Autos gehabt, VW, Käfer, ein VW-Variant, glaube ich, den wir dabei hatten und ein Opel Kadett. Und auf dem Opel Kadett hatten wir durch den Dekrateur ein Schild malen lassen, rund um die Welt. Das war Manuelas LP damals und da machten wir Reklame für. Da fuhren wir dann zu den einzelnen Auftritten hin und das war einfach eine Kultsache. Wir waren alle Manuela-Freunde und das haben wir auch dann den Leuten kundigt. Manche haben uns belächelt, aber uns macht er nicht. Wir waren also happy. Wir haben zum Beispiel dann bei der Bravo Otto-Wahlkarten ausgefüllt oder zu den Sendern geschrieben, Hitparade, Dieter Thomas Heck, Radio Luxemburg, da waren ja die Sender. Bitte versuchen Sie Manuela zu bekommen. Ich wünsche mir Manuela mit ihrem Lieblingsschlager. Meine Melodie Manuela. Manuela. Tausende von Postkarten für Manuela. Danke. Und einer davon gehört zu Herrn Kaltenborn aus Hilden. Ja. Herr Kaltenborn, was machen Sie beruflich? Ich bin von Beruf Handlungsreisler in einer Elektro-Aushandlung. Aber nebenberuflich, das heißt, wenn es Ihnen Ihr Beruf erlaubt, arbeiten Sie an einem Fanclub von Manuela. Ja, das stimmt. Ich muss Ihnen das erklären. Und das ist ein wirklich großer Zufall, dass wir unter den Tausenden von Postkarten gerade die von Herrn Kaltenborn herausgefischt haben. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich wenigstens auch mal, ich hab's vier, fünf Mal versucht, schon hingeschrieben, dass ich auch hier bin im Studio. Dumm, ich sterbe niemals aus, das sieht man doch an dir. Ich kann dir ja nicht böse sein, du kannst doch nichts dafür. Du gehst zu mir, weil wir uns lieben, das ist doch klar. Warum drehst du dich um nach jedem Mädchen mit rotem Haar? Geh hin zu ihr, versuch dein Glück. Du kommst ja doch zu mir zurück. So wie immer. Dann sag ich dir. Dumme sterbe niemals aus. Ja, und dann hat mich Herr Kaltenborn eingeladen zur Grugahalle. Da war die Verleihung des Silbernen Löwen für Wenn es Nacht wird in Haarlem. Und das war für mich als Junge, der nie was erlebt hat, war das was ganz Großes. Radio Luxemburg, der Silberne Löwe. Ich sollte dann also da hinkommen, um 16 Uhr, haben wir uns alle getroffen vor der Grugahalle. Und ich war aber erst 14 und musste um 22 Uhr zu Hause sein. Und so verlief eigentlich mein erstes Treffen mit Manuela im Sand, weil sie kam es um 24 Uhr dran. Und vorher hatte ich sie überhaupt nicht zu sehen bekommen. Ich bin ja nie an Schallplatten oder so rangekommen. Und wie gesagt, meine Kassetten oder was ich habe, habe ich ja alles erst nach der Wende erworben. Ich habe während der Armeeszeit jemanden kennengelernt, der auch Manuela-Fan war. Und der hat mir dann damals, nachdem wir entlassen worden sind, also nach der Wehrpflicht, eineinhalb Jahre Wehrpflicht, hat der mir dann mal ein Band zugeschickt mit 15 oder 16. Aufnahmen. Das waren eigentlich meine ersten eigenen Tonaufnahmen, die ich von Manuela denn zu Hause abspielen konnte. Ich hatte mir dann so ein Tonbandgerät gekauft, die ich dann abspielen konnte. Das waren eigentlich meine ersten Aufnahmen. Ich hatte nie eine Schallplatte von ihr, wie gesagt, nur das, was ich vom Rundfunk hatte. Und in meinen Erinnerungen hier, diese Mappe, diese Titel habe ich ja immer mitgeschrieben. Wenn ich im Radio das gehört habe, dann habe ich immer die Zeilen, die ich konnte, mitgeschrieben und habe das nach zwei, dreimal ergänzt. Und so ist dann, wie gesagt, meine Fanmappe hier entstanden, wo einerseits dann ein Titel drauf ist, einerseits wieder mal ein Foto von ihr. Hier ist ja Steckbrief. Und ich fand es schon interessant, ihr Spitznamen Lunde, wie gesagt, ihre Hoppys stehen dann hier mit drauf. Sie hatte ja ein Faible für Tiere, hat sie ja bis zuletzt gehabt. Gegessen hatte ich gerne Erbseneintopf mit Speck. Und so habe ich das dann auch festgehalten alles. Und das ist mein Schmuckstück noch, was ich retten konnte, dieser Manuela-Club-Ausweis. Das ist mir ein ganzer Stolz eigentlich. 1970 habe ich Manuela kennengelernt, und zwar bei der Teenage-Fair in Düsseldorf. Da ist sie aufgetreten, anlässlich einer Bravo-Tournee mit Leuten wie Wenke Mürrer. Und wir waren also ganz frustriert, alle Manuela-Fans, kann man so sagen, weil Wenke Mürrer trug fast das gleiche Kleid wie Manuela. Ein Fauxpas, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil Manuela war ja für uns die Göttin. Und dann kommt da irgendeiner aus Norwegen daher und trägt fast das gleiche Kleid. Das war also für uns empörend. Ja, und zu der Zeit hatte Manuela ja auch diese Star-Boutique ins Leben gerufen. Und da waren wir also, bevor diese Abendshow anfing, waren wir also groß im Kaufhof und haben natürlich geguckt, ob die auch die Kleider von Manuela da hängen hatten. Das waren so alles Erlebnisse, die also das Miteinander mit Manuela geprägt hatten. Wir waren also die größten Fans, kann man sagen, wenn die Hitparaden in den Radios liefen. Das waren für uns Krimis. Ist sie nur dabei, ist sie auf Platz 10, ist sie auf Platz 8 oder sonst irgendwo oder ist sie rausgefallen? Und es war also für uns waren es Nachmittage, die ja die also so das Leben bestimmt hatten. Ja, und eines Stars, das war für mich, ja ich sag einfach mal der absolute Wahnsinn, kam ein Anruf aus München, ob ich Lust hätte bei ihr zu arbeiten. Ich sag mal, ich bin in der Elektro-Großhandlung am Arbeiten. Wie stellst du das vor? Ja, beruflich. Wir haben Vertrauen zu dir, du bist ein unheimlicher Ackerer, du machst sehr viel, du bist immer für Manuela im Einsatz und wir möchten einfach, ob du das machen kannst. Ich sag, was denn? Ja, Fanpost beantworten und auch andere Dinge erledigen, die halt wichtig sind. Ich glaub, dass ich da jubelnd durch die Firma gelaufen bin, dass sie dachten, ich bin am Ausflippen. Aber aus meinem Traum und aus meiner Verehrung zu Manuela wurde, na viel mehr, weil ich war jetzt in ihrer Nähe und sah sie dann täglich und das war für mich eine großartige Sache. Aus dieser Faszination Manuela wurde irgendwann mehr. Also es wurde keine Liebe, aber es wurde eine große, große Freundschaft, die ich zu Manuela hatte, weil die Treffen wurden immer häufiger. 1970 sind wir nach Berlin gefahren, das war der 4. Juli, und da trat sie auf in der ZDF-Feed-Parade mit alles und noch viel mehr. Und das war eine Faszination, die Kameras, die im Studio standen. Wir saßen zwar nur im Publikum, aber es war doch was ganz anderes, was man ja vorher nie gekannt hat. Auf der Bühne kannte ich Manuela und die Show von Manuela war einfach super. Also sie zog sich während eines Auftrittes fast zu jedem Lied neu um. Das war also immer ein wechselndes Programm mit Manuela, einfach zu sehen, wie sie ihren Auftritt gestaltet hat. Und das Fernsehen war natürlich was ganz anderes. Drei Minuten Manuela und weg war sie dann. Und es war schon eine Faszination, die man so gar nicht beschreiben kann. Das war das Leben, das war mein Leben. Musik Geh' immer spüre ich, alles und noch viel mehr erinnert an dich. Flugzeug hoch über mir, Wolken die ziehen, Wind, der im Kornfeld wohnt und heut' im Kamin. Statt bei Nacht, Neon, Pracht, allein waren ich, alles und noch viel mehr erinnert an dich. Ich hab also dann auch teilweise Mädchen für alles gemacht, da waren Sachen, die eingekauft werden mussten, Manuela musste zum Schauspielunterricht gebracht werden, da hat man alles gemacht und das war ne tolle Zeit. Wir wurden auch von ihr beköstigt, ich kann mich erinnern, als wir im Juli an der Sicht der Hitparade bei ihr waren, da gab's Stullen mit Leberwurst, so dick. Das war für uns, Mensch, die lebt ja im Überfluss, die hat Geld ohne Ende und es gab Kuchen mit Erdbeeren und mit Sahne obendrauf und alles aber üppig. Erinnert wurde ich eigentlich an diese ganze Geschichte nochmal, als ich eingezogen wurde zum Wehrdienst, musste ich am zweiten Tag zum V0 antanzen, da haben die alle schon gesagt, Spritzer Müller, hast du politisch was auf dem Kerbholz oder so, weil ich ja nicht wusste zu dem Zeitpunkt, was zum V0 war. Das war damals der Beauftragte der Stasi dort in dem Objekt und der hat mich nochmal davor gewarnt, also Festkontakte, Musikclubs und und und, alles zu meinen und nicht hier während der Dienstzeit schon gar nicht und so. Und dann habe ich aber erfahren, während meiner Dienstzeit, dass Manuela damals im Kesselbundes auftrat, in dem ersten Kesselbundes 72 und da habe ich dann versucht, irgendwie ranzukommen, dass man sie mal persönlich vielleicht sehen hätte können oder so. Aber als man das bei immer mehr Objekt mitkriegte, dass ich ja so ein Fan war und dahinter ein bisschen Druck gemacht habe, um da hinzukommen, gab es keine Möglichkeit, Urlaub zu kriegen für dieses Wochenende. Im Nachhinein hat meine damalige Freundin, heute meine Frau, mich mit Fotos aus dieser Veranstaltung dann überrascht, um mir eine Freude zu machen damit. Manuela wurde immer mehr und mehr zum Mittelpunkt und bis dann aber irgendwann auch die Erfolge nachließen. Ich war dann 1972 nochmal mit ihr in der Hitparade. Da sang sie, es lebe das Geburtstagskind und das war die letzte Platte, die sie bei, die vorletzte Platte, die sie bei Telefunken gemacht hat. Und dann ging sie ja nach BASF, aber ab dann war eigentlich die Zeit Manuela schrittweise schon zu Ende. Ich sehe noch die Schlagzeile der Bild-Zeitung vor mir. Da steht also, größter Vertrag, der je in Deutschland geschlossen wurde, 2 Millionen D-Mark für Manuela. Ob das stimmt, ich kann es nicht nachprüfen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir alle nur Menschen und wenn Manuela ein solches Angebot bekommen hat, kann ich begreifen, dass sie sofort zugegriffen hat. Man spricht also von der höchsten Garantiesumme, die je für eine Sängerin im Bundesrepublik geboten worden ist. Das kann sein. Wir kennen nicht die Verträge von anderen Künstlern. Eines steht fest, dass Manuela, und tut mir leid, dass sie als lebendes Wesen daneben sitzt, einen sehr, sehr hohen Marktwert hat. Denn Industriefirmen überlegen sich ganz genau, was sie machen und denken ganz bestimmt darüber nach. Manuela, haben Sie manchmal das Gefühl, es werden zu viele Männer am Serum? Ich muss sagen, ich fühle mich da auch sehr, sehr wohl, denn ich habe selbst mit mir zu viel zu tun. Das heißt, ich mache ja meinen Unterricht heute immer noch, Piano- oder Notenunterricht. Und ich bin glücklich, dass ich Männer um mich habe, die eben die geschäftlichen Sachen machen. Trotz der Publicity bringt ihr der Wechsel kein Glück. Ihre Plattenverkäufe erfüllen nicht die Erwartungen, die man in ihren Namen gesetzt hat. Die Zeiten haben sich geändert. Die gesellschaftlichen Umwälzungen Ende der 60er Jahre sind fast spurlos an ihr vorbeigegangen. Als der Generationskonflikt, dessen schönste Galionsfigur sie war, eskaliert, singt sie Guantanamera, ein sanftes kubanisches Freiheitslied. Näher lässt sie die wilden Jahre der sexuellen Befreiung und der Straßenmärsche nicht an sich heran. Anfang der 70er Jahre ist es mit dem wirtschaftlichen Aufschwung vorbei. Auch das politische Klima verändert sich. Das Gefühl des Aufbruchs weicht der Ernüchterung. Die Beatles lösen sich auf, andere werden Opfer ihrer Drogensüchte. Mit dem Tod ihrer Helden endet für die Blumenkinder der Traum vom Paradies einer neuen Gesellschaft. Die BASF entlässt Manuela vorzeitig aus ihrem Vertrag. Auch für sie ist die Zeit des Träumens vorbei. Doch Werner Fay hat mit seinem Kindchen, wie er sie nennt, schon wieder andere Pläne. Seit längerem schon haben sie Kontakte ins Ausland geknüpft, suchen nach einer Gelegenheit, den internationalen Markt zu erobern. In einem Vorort von Los Angeles kauft sie sich ein Haus. Sie will Englisch lernen, Möglichkeiten austesten, neue Wege suchen. Und sie ist auch gefragt worden beim Interview, und sie konnte ja relativ wenig Englisch, Do you like Hot Dogs? Und sie antwortet dann darauf, Yes, I have two at home myself. Und ganz Amerika brüllt natürlich vor Lachen. Ihre unkonventionelle Art weckt Sympathien. Manuela fühlt sich akzeptiert und genießt die Vorzüge des amerikanischen Way of Life. Gleichzeitig hofft sie, dass es auch zu Hause in Deutschland bald wieder bergauf geht. Sie pendelt hin und her zwischen alter und neuer Heimat. Für uns war sie immer präsent, auch wenn viele gesagt haben, Manuela ist weg vom Fenster. Aber die Lieder, die sie aufgenommen hat, die waren immer präsent. Und für uns war sie eigentlich immer da, auch wenn sie nach Amerika gegangen ist. Ich habe also viele Ansichtskarten aus Amerika von ihr bekommen, was also gehütet wird wie ein Augapfel. Also da merkte man auch, dass sich also die Beziehung zu Manuela eigentlich gewandelt hat, würde ich mal sagen. Sie war für mich dann nicht mehr der Star. Sie war für mich irgendwo eine Freundin, kann man sagen. Also Manuela wurde immer mehr zur Freundin von mir. Und ich erinnere mich daran, dass wir bei der Starparade zusammen waren, die also diese umstrittenen Starparaden waren. Also dieser Bestechungsskandal, der auch Manuelas Fernsehtod bedeutete beim ZDF. Das, was also damals durchaus kein seltener Fall war, ist ihr zugestoßen. Ein Redakteur, der sehr mit der Plattenindustrie verbandelt war, hatte wohl irgendwelche finanziellen Forderungen gestellt und damit eben die Möglichkeit verbunden, dass sie eine eigene Show bekommt beim ZDF. Und das ist alles gut und schön. Und der hat auch von Fay, wie er sagte, Geld bekommen, aber es gab keinen Zeugen dafür. Und dann ist es sehr schwierig, eine solche Sache zu beweisen. Es gibt nun das hartnäckige Gerücht in der Branche, der Dieter Weber hält öfter die Hand auf. Was sagen Sie dazu? Das stimmt nicht. Das kann ich reinen Herzens verneinen. Das hat auch noch, ebenso reinen Herzens sagen, nicht eine einzige Firma versucht bis jetzt. Noch nie. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft auf der ganzen Welt. Und nicht nur in unserem Beruf, kann ich dazu sagen. Haben Sie nie von Herrn Siegel ein Geschenk bekommen? Nein. Und Herr Meisel aus Berlin, bei dem ich vorgestern war, sagte, er hätte Ihnen schon mal was geschenkt. Was bezeichnen Sie als Geschenk, wenn eine Firma uns zu Weihnachten dem Büro, was weiß ich, eine Flasche Whisky schenkt oder das berühmte gemeinsame Mittagessen, das ist sicherlich als legitim zu bezeichnen und wird auch in unserem Haus als legitim angesehen. Kann aber, da das gleiche Recht bei allen ist, keine Beeinflussung darstellen. Sie behaupten also, Sie hätten noch nie von irgendeinem Schallplattenvertreter ein größeres Geschenk gehalten? Den Prozess hat sie verloren und da damals auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten sehr eng mit der Plattenindustrie verbandelt waren, war das praktisch ein Boykott. Nicht nur von den Sendern her, sondern auch vom Showbusiness allgemein. Niemand wollte mehr was von Fay oder von Manuela wissen, sondern man nahm sie überhaupt nicht zur Kenntnis. Und das hat ihrer Karriere geschadet, wenngleich es sicher nicht nur daran lag, sondern auch daran, dass einfach Manuela, das nette Schulmädchen von eins, ihrer Rolle entwachsen war. Jetzt bleibt ihr nur noch die Flucht nach Amerika. Hier, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, will sie der Welt beweisen, was sie kann. Für diesen Traum fängt sie noch einmal ganz von vorne an. Zielstrebig, den Kopf voller Pläne, sucht sie ihr Glück im Spielerparadies Las Vegas. Den amerikanischen Pioniergeist bringt sie schon mit, im festen Glauben, dass man alles im Leben erreichen kann, wenn man nur hart genug dafür arbeitet. Hauptsache, sie bekommt irgendwo einen Fuß zwischen die Tür. Geduldig nimmt sie eine Hürde nach der anderen, bemüht, sich ihrer Umgebung anzupassen, alles zu tun, was man von ihr verlangt. Nie war sie ihrem Traum näher. Sie lernt von den amerikanischen Routiniers des Showbusiness. Ein hartes Pensum, das sie ohne Klagen absolviert. Diesmal will sie nichts falsch machen. Der eiserne Wille macht sich bezahlt. Bald unterschreibt sie erste Plattenverträge, nimmt ihr erstes Album auf. Auch musikalisch erweist sie sich als wandlungsfähig. Sie trifft Hollywoodgrößen, internationale Stars, prominente Kollegen. Alle sind nett zu ihr. Kein Neid, keine Intrigen. Anders als in Deutschland. Sogar in beliebten Talkshows tritt sie auf. Ihr größter Erfolg? Eine eigene Show im legendären Dune's Hotel. Soweit haben es vor ihr nur Heidi Brühl und Katharina Valente gebracht. Den ewigen Teenager muss sie jetzt auch nicht mehr spielen. Endlich kann sie sein, was sie ist. Eine Frau von 30 Jahren. Wenn sie es hier geschafft hat, so hofft sie insgeheim, werden auch aus Deutschland wieder Angebote kommen. Ganz automatisch. Doch ihre Platten bleiben Achtungserfolge. Trotz der vielen kleinen Siege, der große Durchbruch lässt auf sich warten. Und auch privat gerät ihre Welt plötzlich immer mehr ins Wanken. Sie hat mir erzählt, dass sie also in Amerika einen Mann kennengelernt hat, der also ihre große Liebe war. Aber es hat nicht geklappt, weil der Manager sie wieder zurückgeholt hat nach Deutschland und ihr den Berghof in Seeg gekauft hat, um sie wieder an Deutschland zu binden. Er wollte nicht, dass sie da bleibt. Erstmal konnte er sich in Amerika nicht verständigen. Er war immer in Amerika wie eine zweite Person. Also der lief eigentlich hinter ihr her, weil in Amerika hat eigentlich alles sie gemanagt. Herr Fay konnte in Amerika nichts ausrichten. Der hatte in Amerika keine Macht über sie. Und wenn sie in Amerika geblieben wäre, bei diesem Liebhaber oder bei diesem Freund, den sie gehabt hat, dann wäre Herr Fay außen vor gewesen und hätte einpacken können, hätte gehen können. Und das wollte er nicht. Und deshalb hat er sie wieder zurückgeholt nach Deutschland. Sie war im Grunde genommen ihm hörig. Sie hatte Angst vor ihm. Er hatte sie ja auch immer wieder geschlagen. Er hat sie bedroht. Er hat also praktisch einen Psychoterror betrieben, um sie bei der Stange zu halten. Denn sie war der einzige Trumpf, den er in den Händen hatte, um zu Geld zu kommen. Eigentlich hat er Manuela kaputt gemacht. Er hat Manuela nicht wachsen lassen. Er hat sie künstlich dumm gehalten. Er hat sie immer abgeschirmt. Sie hatte nie einen größeren Bekanntenkreis. Sie hätte gerne Kinder gehabt. Aber das wurde verhindert von Fay. Es wurde eine Abtreibung gemacht. Nachdem das Leben ihr eigentlich viel vorenthalten hatte. Vor allem, was ihr emotionales Liebesleben betraf. Denn da war sie ja nun absolut zu kurz gekommen. Der wesentlich ältere Mann interessierte sich im Endeffekt gar nicht mehr für sie. Und sie konnte ihn nicht mehr ausstehen. Und es war eine Verbindung, die von Liebe jedenfalls nicht geprägt war. Sie war ein bisschen weltfremd geworden. Sie hatte überhaupt nicht mehr so richtig ihre Umwelt im Blick, weil sie sich so ganz zurückgezogen hatte nach allem, was sie erlebt hatte. An Enttäuschungen und an Fehlschlägen. Dass sie sich in die Musik geflüchtet hat. Mehrmals versucht sie sich von Werner Veit zu trennen, will einen Schlussstrich ziehen. Doch zu lange schon hat er alles bestimmt, alles für sie geregelt. Ohne Halt und ohne Selbstvertrauen kehrt sie immer wieder zu ihm zurück. Alles, was ihr bleibt, ist die Märchenwelt ihrer Lieder. Die Flucht vor der Realität kommt sie teuer zu stehen. Der Schuldenberg, den sie gemeinsam mit Pfei angehäuft hat, wächst ihr über den Kopf. Am Ende hat sie alles verloren, auch den Berghof. Es folgen harte Jahre. Immer wieder hofft sie auf ein Comeback, doch alle Versuche scheitern. Egal wie sehr sie sich bemüht, nichts ist mehr so wie früher. Für Jahre verschwindet sie aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Mit kleinen Auftritten hier und da hält sie sich mühsam über Wasser. Ihr Leben eine Odyssee. Im Wohnmobil zieht sie mit Pfei über die Dörfer, tingelt durch Kursäle und Diskotheken. Alles mit bescheidener Resonanz. Und nur der Uhu hält fort. Adria-dia-dia-dia, Adria-dia-dia-dia-dia. Von den Bergen rauscht ein Wasserfall. Adria-dia-dia-dia, Adria-dia-dia-dia-dia-dia. Klingt das Echo durch das Dorf. Also sie hat auch, glaube ich, nie ganz begriffen, dass ihre Zeit eigentlich längst vorbei war und dass die Chancen nicht mehr so groß waren, wieder ins Geschäft zu kommen. Dazu ist das Showbusiness einfach zu kurzlebig und man kann da nicht so ein, zwei, drei in ein anderes Fach umsteigen, wie das bei Schauspielern vielleicht der Fall sein mag und das war ihr eigentlich nicht klar und dem Manager, dem sogenannten Manager, muss ich sagen, Fay, war das natürlich ebenso fremd, aber er spürte, dass er mit ihrer Kunst nicht mehr allzu viel Geld verdienen konnte wie früher. Das mal enden kann, was so schön begann, der bittersüße Text eines ihrer Lieder klingt viele Jahre später beinahe wie eine Prophezeiung. Das kann und will sie für ihre Karriere nicht wahrhaben. Da hatte ich einen kleinen Sparmarkt in Möcklingen, hier in Baden-Württemberg und da hat sie dann auch eine Autogrammstunde gegeben und ich bin also rausgegangen zu der Band, die draußen gespielt hat und habe gesagt, kündig doch mal Manuela an, sie wäre jetzt da und würde doch gerne Autogramme geben und ja, da hat dann das Mädel, was in der Band gesungen hat, schuld war nur der Bossa Nova gesungen und als Manuela das hörte, sprang sie vom Stuhl auf und sagte, also kein anderer singt, mein Bossa Nova. Also die Leute, die ja so da an den Tischen und Bänken saßen, denen hat das natürlich gefallen. Das war also in Anführungsstrichen der Weltstarr Manuela, der dann auf dem kleinen Dorf Möcklingen dann kostenlose Zugabe gegeben hat. Nur ein harter Kern von Fans hält ihr jetzt noch die Treue. Hin- und hergerissen zwischen Bewunderung und Mitleid und nostalgischen Gefühlen. Sie ist und bleibt ein Relikt. Und doch hört sie nicht auf zu kämpfen, jagt weiter dem verlorenen Glück hinterher, süchtig nach Anerkennung und Applaus. Dann ist ja 1993 plötzlich ihr Manager verstorben und sie hatte in dem Moment keine Aufträge und keine Auftritte. Und dann kam der Anruf vom NDR, dass sie also bei der Teenager-Melodie 1994 auftreten sollte. Und Manuela hatte keinen Begleiter und da hat sie mich dann gebeten. Ich habe sie auch gefilmt hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Ich bin dann am nächsten Tag in ihr Hotelzimmer gegangen und da habe ich eigentlich zum ersten Mal erlebt, wie einsam sie war. Also sie war morgens im Hotelzimmer und hat gesagt, also ich will nicht mehr und das Leben hat ja eh keinen Sinn. Und sie war also, wenn sie so einen Erfolg hatte, war sie eine ganz einsame, arme Persönlichkeit, möchte ich mal sagen. Und ich wusste gar nicht, wie ich mich da verhalten soll, weil ich musste eigentlich weg. Ich hatte Karten für Phantom der Oper und wollte sie eigentlich gar nicht alleine lassen, weil ich habe gedacht, nachher tut die sich noch was an in dieser Depri-Phase, die sie da gerade hatte. Wenn die Kammeren auf sie gerichtet waren, war sie der strahlende Stahl. Aber ich denke mal, dass sie schon wusste, dass das vorbei war. Sie wollte es nur nicht wahrhaben. Sie war immer die große Manuela und sie hat es auch jeden fühlen lassen. Ob das nachher Begleiter von ihr waren, die sie ein Stück begleitet haben. Also Lebensgefährten kann man schon beinahe sagen, weil sie hat mit denen zusammengelebt. Aber es waren alles Leute, die mit ihr zusammengelebt haben, die das Schema des Managers aufgegriffen haben. Sei es dadurch, dass Manuela ihnen ihr Leben erzählt hat und ihnen alles erzählt hat, was der Manager mit ihr gemacht hat oder nicht gemacht hat. Sie hat denen das erzählt und die haben das gleiche Schema genommen. Manuela zu unterdrücken, Manuela nichts wissen zu lassen von dem, was sie gemacht haben. Und einfach, du bist da zum Singen und du hast mit dem anderen nichts zu tun. Und die Prügel, die sie von ihrem Manager bezogen hat, die hat sie nachher auch von ihren Lebenspartnern bezogen. Weil die wussten, das ist ein schwaches Glied und da kann man ruhig drauf rumhauen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in Damp. Da war sie mit ihrem Freund, Verlobten, Lebensgefährten, egal wie man den Mensch auch nennen mag. Und mit dem gab es dann wieder mal nach einem Auftritt Zoff, kann man so sagen. Und es ging so weit, dass derjenige die Koffer gepackt hat und sie alleine gelassen hat. Ohne Geld und ohne Checkkarte, ohne alles. Selbst die Kleider hat er mitgenommen. Ja, am nächsten Tag sollte dieses Clubtreffen stattfinden. Die Leute waren alle angereist. Und sie hatte dann noch ein Kleid dabei, hatte ihre Perücke nicht dabei, weil er die auch mitgenommen hatte. Hat sich dann die Haare einfach hochgesteckt, damit es wenigstens noch einigermaßen gut aussah. Und sie hat dann den Termin wahrgenommen. Und man hat dann also von ihrem Kummer in dem Sinne nichts gemerkt. Sie sollte eigentlich mit uns zurückkommen, aber sie war nicht dazu zu bewegen. Sie ist in dem Hotel geblieben und sie hatte ja kein Geld, keine Checkkarte dabei. Sie konnte eigentlich nur mit ihrem Namen bezahlen und nach einer Woche bekam ich ein Fax. Ich möchte doch die Rechnung begleichen, die Manuela da gemacht hat. Sie hatte ja keinen mehr. Der Manager war weg, ihre Familie war nicht da. Sie hat uns halt in dem Moment gebraucht und wir waren für sie da. Und so war es eigentlich immer. Egal, ob man mal mit Manuela einen Zwist hatte oder so, wenn Manuela gerufen hat, dann standen wir Gewehr bei Fuß. Wenn bei mir nachts um zwei Uhr das Telefon ging, dann konnte ich mit Gewissheit sagen, das ist Manuela. Weil dann hat sie irgendjemanden gebraucht zum Reden oder sei es, sie hatte irgendwas Neues auf dem Klavier entworfen und wollte einem das vorspielen oder einfach nur zu sagen, du, ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich reden kann. Uns kannte sie ja praktisch von Kindesbeinen, die war 20 und als ich dazu kam, war ich 15. Und da hat sich so eine intime Freundschaft entwickelt. Und das war so die Faszination, die sie also ausgestrahlt hat, dieses kleine Mädchen, was genauso arm war wie ich. Sie ist ja mit sechs Geschwistern aufgewachsen, ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen. Und man fühlte sich eigentlich so auf der Ebene und wollte immer so ein bisschen von ihrem Glamour abhaben. Also wenn man dabei war, fühlte man sich also automatisch auch wie so ein kleiner Star. Als ich da bei der Bravo rumgelaufen bin, ich hatte da zwar nichts zu tun, aber wenn mich dann einer gesehen hat, dann hatten die gedacht, Mensch, der gehört zu Manuela, da muss was Besonderes sein. Und so hat man dann diesen Schein, den sie abgegeben hat, dieses Strahlen, hat man dann für sich auch mit rübergenommen und war selbst auch ein kleiner Star. Nach Jahren der Wanderschaft zieht sie zurück nach Berlin in die Nähe ihrer Eltern. Sie hört nicht auf, an ein Comeback zu glauben. Auch als sie schon todkrank ist, will sie nur eins. Endlich ihre Memoiren schreiben und bald wieder eine neue Platte aufnehmen. Mein Leben ist die Musik. Ich liebe meine Fans und ich liebe Menschen, aber mein Leben ist die Musik und die Bühne wird auch mein Tod sein. Mit 57 Jahren verliert sie endgültig den schweren Kampf gegen die Zeit. Eine letzte Ungerechtigkeit im Leben der Doris Wegener, des traurigen, schönen Mädchens aus dem Berliner Wedding. Die Schlagesängerin Manuela ist tot. Die 57-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Doris Wegener hieß, er lag gestern den Folgen einer Krebserkrankung. In den 60er Jahren war sie mit dem Song Schuld war nur der Bossa Nova über Nacht zum Star geworden. Wir hören einfach nicht auf, mit ihr zu leben. Wir halten sie also immer in Ehren. Man kann also so sagen, wenn ich daran denke, dass wir jedes Jahr ein Treffen machen, das in Berlin stattfindet und immer um ihren Geburtstag rum, weil Manuela wollte also immer zu ihrem Geburtstag ein Fanclubtreffen machen und wir haben das dann aufgegriffen und machen also jetzt so einen Gedenktag für Manuela, wo sich der Manuela-Freundeskreis nennt er sich heute, wo der sich jedes Jahr einmal trifft und an sie denkt oder Platten austauscht oder Zeitungsberichte zeigt oder Alben zeigt, die noch keiner gesehen hat oder Filme, die mittlerweile auf DVD gepresst sind, dass man die dann zeigt und dass Manuela eben nicht vergessen wird. Ich glaube, es ist in der Showbranche einmalig, dass Anhänger eines Stars sich nach dem Ableben des Stars weiterhin jährlich treffen, als ob Manuela noch leibhaft dabei wäre. Ich habe diese Nachricht des Todes am Geburtstag meiner Tochter erfahren. Da hat sie mich dann über der Kaffeetafel gefragt, Daddy, darf ich dir was ganz Trauriges sagen, trotzdem ich heute Geburtstag habe? Und dann sage ich, ja, was denn? Und das ging natürlich schon durch. Denn den Mut hat an ihrem Geburtstag, mir zu sagen, Manuela ist gestern gestorben. Das war einen Tag später praktisch. Da war ich schon irgendwo erstmal schockiert, weil ich mir fest vorgenommen hatte, im April sie nochmal aufzusuchen, die Kontakte jetzt aufzunehmen. Leider klappte das nicht mehr. Es war ganz zum Schluss auch noch von mir zu sagen, ein wunderbares Erlebnis in meiner Jugend. Ich möchte die Zeit mit Höhen und Tiefen absolut nicht missen, weil es war einfach fantastisch. Vom Fan bis zum Privatsekretär oder im Beleuchter, alles das, was ich mitgemacht habe und erleben durfte, war schon toll. Man will einfach, dass der Starr weiterlebt. Sie ist zwar nicht mehr da, aber wir wollen, dass das also nicht in Vergessenheit gerät, weil sie hat uns sehr begleitet in unserem Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017